Willkommen zum Qualifying in Aserbaidschan. Die Teams machen gerade ihre letzten Einstellungen, ehe die Ampel auf grün geht und die Fahrer um die Pole Position kämpfen werden. Und Stefan Römer ist natürlich auch wieder bei mir an diesem hoffentlich weiterhin so herrlichen Tag. Kein störendes Schlechtwetter, keine Probleme auf der Strecke und natürlich auch kein Platz für Fehler. Das stimmt, momentan sieht es da draußen wirklich sehr gut aus. Jedes Team hat seinen eigenen Schlachtplan für die Session, wobei die Autos, sobald sie einmal auf der Strecke sind, natürlich den Park-Fermier-Regeln unterstehen. Deshalb müssen jegliche Last-Minute-Änderungen hier und jetzt erledigt werden. Abgesehen davon liegt die Verantwortung beim Fahrer. Wer kann seine Reifen am besten temperieren? Wer schafft die beste Linie durch die Kurven? Natürlich heute alles ohne Rennbetankung. Das sind die mit Abstand schnellsten Autos seit sehr, sehr langer Zeit. Und hier im Qualifying sind sie natürlich an ihrem absoluten Leistungslimit. Legen wir los! Ja, legen wir los! So, und dann würde ich sagen, wir legen auch wirklich gleich los, denn wir gehen ganz kurz in die Autoeinstellungen. Dann sagen wir, wir wollen die Autoeinstellungen speichern, Fahrzeugeinstellungen speichern. Dann sagen wir, wir wollen sie hier speichern. Geben CELRON ein. Zack! Und dann veröffentlichen wir sie auch gleich. Und ihr könnt sie dann quasi in 10 Sekunden runterladen. Das machen wir auch nochmal ganz kurz. Da lädt er mal ein ganz kleines bisschen, bevor wir ins Qualifying gehen. Zap, 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 zap. Äh... Was? Dieses Objekt wird nur für sie, Admins und für jene, die als Ersteller eingetragen sind, sichtbar sein. Das verstehe ich nicht. Haben wir vorher noch nicht gehabt, sowas. Ähm, ist halt so. Wahrscheinlich, weil das Setup von jemand anders kommt, hat man das nicht weiter veröffentlicht. Macht ja auch Sinn dann. Ähm, na gut. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns mal ganz kurz die Problematiker Triebwerk an. 38% geht ja noch. 38... Achso, da unten muss ich gucken. 58 beim Verbrennungsmotor. 31, 44, 32, 43. Wenn du Informationen zur Reifenabnutzung oder einem Schaden aufrufen möchtest, drücke die MFA-Taste für die Multifunktionsanzeige und dann erneut, um zum Reifen- und Schadensbildschirm zu navigieren. So, ich bin immer leise, wenn er quatscht, ne? Stammzuschauer wissen das. Getriebemäßig sind wir bei 32,5%. Das ist ja noch okay. Beziehungsweise Abnutzung, 45, das ist die Strapazierfähigkeit. Gut, ich würde mal sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir müssen jetzt die Reifen wählen. Und, ähm, vor allen Dingen auch Treibstoff. So wenig wie möglich. Die Auswahlrunde können wir dann ja auszuckern. Genau, wir werden jetzt definitiv erstmal Ultrasoft nehmen und gucken mal in Q2, ob wir es damit wagen. Aber ich glaube, wir werden es wohl nicht schaffen. So, wo sind die Zeiten? Zellrond ist völlig überfordert hier. Völlig überfordert. So, klar. So, nur, dass wir so ungefähre Zeiten haben. So, jetzt ins Parkvermeihregeln und wir fahren selber raus. Alles bereit. Los geht's. Den mittleren Balken übrigens. Äh, ihr seht es, man kann da ja durchgucken und die Person hinten sehen, die gerade vor uns steht. Das geht normalerweise nicht. Weil der sogenannte Halo, also der Heiligenschein, der über uns gerade waltet. Jetzt unter uns. Jetzt sieht man unten auch diese Strebe, die kann man ausschalten. 1,40, 1. Von Grosjean. Ist klar. 1,38. Bitte was? Ja, so wären wir ja 100% letzter. Oh, im Gottesdienst. Zum Glück gibt's eine Auslaufzone. Ja, da haben wir mal die erste Gelbfarbe verursacht. Qualifying. Also ich glaube, mit den Zeiten werden wir nicht mithalten können. Ricciano noch schneller. Ja, wie wollen wir da mithalten? Das wird halt jetzt die Krux. So. Jetzt müssen wir mal gucken, was drin ist. 1,35. Ja, mei, was ist denn da los? Können die fliegen? Sind wir nicht in 1,45 gefahren? Oder ist die Strecke schneller geworden? Das kann natürlich auch sein, dass das Einflüsse hat. Weil momentan haben wir die Zeiten richtig Angst. Und wie gesagt, Zeitattacke werden wir mal nach dem Rennen machen. Wir werden das Rennen fahren und danach machen wir mal so eine Zeitattacke. Also das Zeitfahren, Zeittraining. Und dann schauen wir uns mal an, wie wir da abschneiden. Können wir zum Beispiel in Hockenheim nehmen, haben wir gehört. Jemand ist unter den besten 500. War der Malte, glaube ich, wenn mich nicht täuscht. Also das ist eine gute Schulung. Dann können wir ja mal gucken, zu was es für uns reicht. Vettel lassen wir natürlich jetzt erstmal fahren. Der ist ja eh viel schneller. Und weil wir nicht dumm sind. Versuchen wir da jetzt mitzuhalten. Aber ich befürchte, da gibt es nichts mitzuhalten. Der ist einfach weg. Da hast du keine Chance. Da siehst du kein Land gegen Ferrari. 340 fahren wir hier. Hier sind wir schon mal ganz schlecht rum. Läuft ja super. Ja, zwei Versuche haben wir maximal. Also zwei Versuche meine ich, wir müssten noch mal reinfahren und noch mal rausfahren. Wenn es jetzt nicht reicht. Denn wenn es mir ist, reicht es natürlich nur für einen Versuch. Oh, Vettelfehler. Da finde ich übrigens ganz cool, dass sie auch mal Fehler machen. Macht ihr irgendwie sympathisch. Schaut euch mal an, wir sind ja schon 5 Sekunden, 7 Sekunden im Plus. Da kann ja was mit den Zeiten nicht stimmen, oder? Wie seht ihr das? Also Codemaster muss da dringend patchen. Also gerade in Qualifying-Zeiten sind wir eine Katastrophe. Dann muss ich auch sagen, das ist das Einzige, was mich so an diesem Spiel stört. Man bezahlt 50 Euro oder 60 Euro, je nachdem, wo man es holt. Tut man sich als Rühenspiel oder bei Steam direkt, oder keine Ahnung. Ich erwarte von einem Vollpreistitel, wie man dieses Jahr nun nennen kann, dass es fehlerfrei oder sehr fehlerarm ist. Und das ist mit 1, 2, 18 leider nicht. Aber das war auch bei 2, 17 am Anfang so. Dann kommen 95 Patches, übertrieben gesagt. Es waren, glaube ich, im letzten 13 Stück insgesamt, die es gab. Ich glaube, Version 1.13 war die letzte dann. Aber da fasse ich mir in den Kopf. Also wenn ich so viel Geld ausgebe, dann erwarte ich, dass es vielleicht ein höchstens 2 Patches gibt. Erinnert mich an den 90ern. Ich weiß nicht, wer von euch ein bisschen älter ist. In den 90er Jahren, da gab es... Das Internet war ja noch nicht so verbreitet. Es gab es das, aber es war halt sehr teuer. Und da war das ernste Spiel, was völlig kaputt war, von der Firma Asperon. Und das... Oh, Benzin ist leer, aber jetzt haben wir eine richtig gute Zeit. Schade. Wir fahren hier einfach mal zu Ende, um zu gucken, was möglich wäre. Und da hat die Firma Asperon Anstoß rausgebracht. Und Anstoß 3 war eigentlich ziemlich cool, aber es war so dermaßen verbuggt. Das war unglaublich. Und hat, glaube ich, dann auch zum Untergang der Firma Asperon... Äh, Asperon. Die hat auch Asperon geführt. Ah, Benzin ist leer. Dann können wir folgendes machen. Zurück in die Garage. Und, ähm... Ja, es ist halt sehr schade, wenn Spiele so verbuggt sind. Und das kann ein Konzern auch zum Fallen bringen. Das sollte dem Konzern auch bewusst sein. Wir gucken mal. Momentan sind wir hinter Esteban Ocon. Aber das wundert mich auch nicht. Ähm, fehlen hier zwei Sekunden. Die holen wir niemals auf. Wir können ja mal ein bisschen spulen, aber ich glaube nicht, dass wir da irgendwas reißen können. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 43,1. Wir gucken mal. Ich weiß nicht, ob ich nochmal fahren soll oder nicht. Wir sind genau an der Grenze. Wenn, dann müssen wir jetzt fahren. Ach komm, wir riskieren es. Egal, wenn ich starte mal hinten, ist auch spannend. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben es geschafft. Raykön hat sogar eine Strafe bekommen. Plus 5. Was ist da passiert? Liebe Rennleitung. Bitte Info. Kollision mit Bottas. Okay. Ja, wir sind dann doch noch weiter. Und müssen mal gucken. In Q2, ähm... Ich glaube, du sollst dann dein Setup pfeilen. Ja, ist ja zu spät. Wir können ja nichts mehr pfeilen. Da ist es ja jetzt zu spät. Das hätten wir eher machen müssen. Das mit den Zeiten, das ist, wie gesagt, irgendein Bug. Das ist völlig übertrieben, was da mit den Zeiten passiert, lieber Malte. Das ist, ähm... Ja. Es ist bekannt. Ich bin nicht der Einzige. Da gibt es in diversen Foren schon genügend Beschwerden.